Ich bin Verena Leister, leidenschaftliche Köchin und heute geht es um die unscheinbare rote Beete, die im Dreigangmenü wirklich der Knaller wird. Ich lege los und wir starten mit Verena Koch. Beim Teig müsst ihr alles ganz schnell miteinander verkneten, vor allen Dingen nicht zu lange kneten. Der Teig hat jetzt eine perfekte Konsistenz, den packe ich jetzt in Frischhaltefolie und für 30 bis 40 Minuten in den Kühlschrank. Und jetzt können wir auch schon ausrollen, ganz wichtig, immer von der Mitte nach außen. Weiter geht es jetzt mit unserer Füllung für die Tarte. Dafür brauchen wir rote Beete, eine rote Zwiebel und Rucola. Anschließend mache ich meine Pfanne schon mal an, gebe etwas Rapsöl hinein und so können die Zwiebeln schon langsam darin glasig andünsten. Ich schwenke einmal kurz durch, etwas besser dran. Die soll jetzt keine Röstaromen bekommen. Alles vorsichtig nochmal umrühren. Jetzt nehme ich meine Füllung, die packe ich jetzt hier vorsichtig rein, vorsichtig und leicht andrücken. Und anschließend wandert das Ganze bei 175 Grad für 50 Minuten in den Ofen. Weiter geht es mit unserer Ziegenkäse-Mousse. Zuerst fange ich mit der Gelatine an, packe ich mir in eiskaltes Wasser. Als nächstes nehme ich mir meinen Ziegenfrischkäse und anschließend kommt 100 Milliliter Sahne unten drauf. Ich würze das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer. Und die Milch, die schnappe ich mir und die Hälfte davon geht mit zu unserer Mousse. Und die andere Hälfte gebe ich in den Topf, denn die wird jetzt erhitzt, dass die Gelatine sich darin dann auflösen kann. Bis zum nächsten Mal. Wir legen los mit dem Teig. Mehl, etwas Mohn, eine Prise Salz, drei Eier hinein. Die schlage ich mir direkt in die Mitte. Und drei Esslöffel Olivenöl. Das geht jetzt in den Kühlschrank. Wenn ihr keine Pastamaschine habt, könnt ihr auch mit viel Muckis mit dem Nudelholz rangehen an den Teig. Jetzt geht es an die Füllung von unserer Pasta. Für die richtige Bindung kommen noch etwas Semmelbrösel dran. Eine gute Prise Salz. Pfeffer kommt noch etwas dran. Jetzt verröhre ich alles miteinander. Denn wir wollen eine schöne cremige Füllung haben. Es fehlt nämlich noch unsere wunderbare Gewürzbutter und ein paar Birnenspalten. Mit denen fange ich gleich mal an. So, die Birne ist einmal schon fertig. Die stelle ich zur Seite. Ihr müsst das nachkochen. Es riecht so gut. Ich koche jetzt nur noch fix meine Rafioli und richte direkt an. Einfach rein in den Topf. Und maximal zwei bis drei Minuten kochen. Ich habe hier rote Beete-Saft. Der kommt in den Topf. 120 Milliliter Wasser. Relativ viel Zucker. Zwei Zimtstangen. Und den Saft einer Limette. Und das Ganze muss jetzt ca. 20 Minuten zu einem schönen Sirup einkochen. In der Zwischenzeit mixe ich die rote Beete. Und nun nochmal kräftig durchmixen. Das darf jetzt kurz im Kühlschrank abkühlen und geht direkt danach in die Eismaschine. Jetzt geht es an die Schokoladentarte. Den Herd einmal abdrehen. Wir nehmen uns jetzt die Eier und schlagen die einmal ordentlich auf. Ich gebe den Zucker jetzt ganz, ganz langsam da rein. Nicht auf einmal. Zwei Esslöffel Mehl und dann war es das schon. Das wandert jetzt in den Ofen bei 180 Grad für 20 Minuten. Ein kleines bisschen Deko darf nicht fehlen. Ich habe hier Ricotta. Dazu kommt etwas Puderzucker. Und noch das Mark einer Vanilleschote. Fertig ist mein Sorbet von der roten Beete mit Zimt und eine Schokotart mit Himbeere. Dazu eine Nocke von Ricotta und Vanille. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Like da. Schreibt mir was in die Kommentare, was euch immer auch inspiriert hat. Für mehr Content klickt auf jeden Fall auf den Kaufland-Kanal und abonniert den. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.